Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus Potsdam. Ich laufe wieder durch den Park Sanstasi. Und heute gucke ich mal, was es noch hier für so Ecken gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Voll anstrengend schon. Voll das Kackwetter. Und es hat schon angefangen zu schneien hier heute Morgen. Wir haben jetzt kurz nach halb neun, äh, halb zehn. Und weiter geht es erst mal nach dem Intro. Ich bin heute bei meiner vierten Einheit im Schlosspark Sanstasi. Und habe gemerkt, ich habe noch gar nicht alle Sehenswürdigkeiten mitgenommen. Sightseeing-Jogging ist das ja, was ich hier mache. Und hier ist noch ein Bauwerk. Das ist ganz schön, ne? Guck mal. Ach, guck mal, wie schön. Ai, ai, ai. Ja, naja. Ich muss weiter. Ich muss zum nächsten. Ja, im Sommer läuft hier wohl das Wasser. Aber im Winter ist hier alles erst noch mal stillgelegt. Deswegen muss ich weiter. Ganz dringend. Gucken, was sonst noch gibt. Im Hintergrund sehen wir einen Turm und eine Kuppel. Ich kann nicht mehr dazu sagen, weil ich kenne mich damit nicht aus. Total bescheuert, oder? Ach, egal. Was soll's. Ich zeige einfach mal ein paar Impressionen. Was sonst ist sie? Und, äh, laufe da bei mir einen Wolf. So ist das hier. Hier sind mal coole Bäume. Guck mal. Fette Dinger. Naja. Wenn ich fette Dinger sehen will. Also habt ihr es gleich. Hinter mir ein gelbes Haus. Vor mir direkt Schloss Saussee. Das nächste Mal ich noch vorrückwitz. Hier. Schloss Saussee. Da laufe ich jetzt gerade zu. Aber dann auch gleich wieder zur Seite. Den Hauptstrang entlang. So wie ich es gestern schon gemacht habe. Und am Ende des Laufes sind natürlich wieder die Treppen. Fross Saussee dran. Muss sein. Vielleicht mache ich es heute auch zweimal. Mal sehen. Ich truff mit. Der Wettergott meint es jetzt richtig, richtig gut mit mir. Und es fängt an zu schneien. Sieht man das irgendwo? Auf der Kamera? So ein bisschen, ne? Da, so ein bisschen. So ganz bisschen sieht man es. Es schneit aber mehr, als in der Kamera zu sehen ist. Naja, egal. Auf jeden Fall schneit es hier. Und, und, ja, jetzt, 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 jetzt. Sieht man, oder? Sieht man. Schnee. Der erste Schnee, den ich sehe. Ja, naja. Äh, und, äh, ich versuche jetzt noch ein bisschen, meine Bahnen hier zu, zu, äh, wie sagt man, meine Schneisen in diesen Park rein zu fräsen. So, um. Und, äh, Bahnen zu ziehen, das ist das Wort. Und, äh, äh, ich komme heute, ich wollte so eine Stunde laufen. Und hier, der Park ist relativ weitläufig, soll es kein Problem sein, dass einem da langweilig sein sollte. Ne, 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 da wird mir nicht langweilig. Alles gut. Also, durch den Schnee. Jetzt bin ich wieder im neuen Palais angekommen. Das ist so ungefähr die Hälfte der Strecke. Ich habe jetzt circa 27 Minuten hinter mir. Und, äh, muss ja wieder zurück. Mach da aber nochmal eine Schleife über die Treppen. Die Treppen mache ich zwar zweimal. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist geil. Treppen an der Orangerie Schloss Saussi. Da werde ich gleich zweimal hochmachen. Auf jeden Fall zweimal. Aber erst mal geht es am neuen Palais vorbei. Ich bin jetzt an der Orangerie Schloss Saussi angekommen. Und werde jetzt die Treppen da hoch eiern. Das macht Spaß. Pass auf. Ich zeig's euch. Schlaf mal schnell hin. Ich zeig's euch. Ich schlaf mal schnell hin. Ich zeig's euch. 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 Ich zeig's euch mal. Ich zeig's euch. 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 Ich zeig's euch.